Hallo und willkommen bei Mythos Mahlzeit, dem Ernährungspodcast empfohlen von der AOK. Ich bin Johanna Beyer, Wissenschaftsjournalistin mit Liebe zur Ernährung und das schon viele Jahre, eigentlich mein Leben lang. Mehr über mich finden Sie auf meinem eigenen Blog Quark und So. Hier in Mythos Mahlzeit wollen wir Licht in die, ich nenne sie mal Blackbox Ernährung bringen, also den Wirrwarr an Ratschlägen und Studienmeldungen entknoten, die den Alltag fluten. Wonach sollen wir uns beim Essen richten? Nach dem, was Oma schon wusste? Oder nach Influencern? Oder offiziellen Empfehlungen? Wer kennt die überhaupt? Und wie hängen Ernährung und Gesundheit zusammen? Kann Essen wirklich Medizin sein? All das und mehr will ich mit Expertinnen und Experten besprechen. Jetzt lade ich Sie ein, ein bisschen mitzuhören und mitzudenken, wenn Sie verstehen wollen, was hinter der sogenannten gesunden Ernährung wirklich steckt. In der letzten Folge haben wir uns schon über Ernährung, Krankheit und Prävention unterhalten. Das vertiefen wir diesmal und gehen richtig ans Eingemachte. Es geht um Krankheiten, die schwere Beschwerden machen und vielleicht lebensbedrohlich sind. Kann man sie mit Ernährung beeinflussen? Ihnen vorbeugen? Sie verhindern? Etwa Krebs? Was man weiß und was man nicht weiß, bespreche ich mit Prof. Dr. David Fae. Er ist aus der Schweiz zugeschaltet, Arzt und Professor für Präventivmedizin und Ernährungswissenschaften an der Berner Fachhochschule. Lieber Prof. Fae, danke, dass Sie noch einmal bei uns sind. Wir hatten Sie in einer der Folgen zu den Vitaminen ja schon gehört. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Bayer. Ich freue mich. Wie immer haben wir uns vorher auf der Straße umgehört und bei Menschen nachgefragt, wie sie persönlich mit Ernährung bestimmte Beschwerden oder Krankheiten beeinflussen möchten. Ich bin davon überzeugt, dass Ernährung ganz viel verbessern kann, wenn man eine Krankheit hat. Weniger essen, weniger essen. Mehr trocken ist, weil ich habe mit dem Magenschleimprobleme schon jahrelang und Gallenblase operiert. Ja, ich hatte die letzten Jahre stark Gelenkschmerzen. Tatsächlich, seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe, weniger Milchprodukte, ist das viel besser geworden, muss man sagen. Wenn ich natürlich nicht viel Alkohol trinke und mich dann vielleicht auch noch fettig ernähre oder viel zu viel esse, dann merke ich, dass die Neurodermitis schlimmer ist. Es gibt natürlich die ein oder anderen Produkte, die einem etwas auf den Darm schlagen und dementsprechend suche ich, die zu vermeiden bzw. irgendwie zu umgehen. Ich hatte tatsächlich allergisches Asthma und auch allerhand anderer Allergien und ich muss sagen, ich ernähre mich jetzt seit ca. zwei Jahren vegan und auch überwiegend glutenfrei und das ist deutlich zurückgegangen. Völlig egal, ob das jetzt Herz-Kreislauf ist, Osteoporose, Rheuma, was auch immer. Man kann im Prinzip sagen, dass jede chronische Erkrankung in irgendeiner Form auch ernährungsbedingt ist. Das heißt aber auch, man kann es durch Ernährungsumstellung positiv beeinflussen. Das ist dann die gute Nachricht. Lieber Dr. Fehr, wir haben gehört, dass doch mehrere Leute experimentieren, auch mit Ernährung, wenn sie Symptome oder Krankheiten behandeln möchten. Und da gibt es die eine oder andere persönliche oder vielleicht auch allgemeine Theorie dazu. Sie sind ja Arzt und sehen auch die Patienten. Sie haben Leute, die richtig krank sind bei sich, gerade durch falsche Ernährung. Wie ist der Zusammenhang da für Sie? Ja, also wenn man so diese Stimmen hört, dann kommen wir spontan in den Sinn, dass es sich lohnt, auf den eigenen Körper zu hören und entsprechend auch individuelle Massnahmen zu ergreifen. Und wenn eine Verbesserung eintritt, dann rechtfertigt das in vielen Fällen die Massnahmen. Wenn man jetzt versucht, das auf Bevölkerungsebene umzumünzen und Studien zu machen, dann sieht man oft sehr kleine Effekte oder sogar gar keine Effekte durch die Ernährung. Also da sehe ich einen Widerspruch. Und ich sehe auch einen Widerspruch darin, dass man Annahmen im Ernährungsbereich verallgemeinert zur effektiven Studienlage, die oft eben sehr schwach, dürftig ist und sehr viele Schwächen beinhaltet. Also Sie raten schon dazu, auch persönlich mal zu experimentieren. Was tut mir gut? Was hilft mir? Das heisst aber nicht, dass es allen hilft, jedem hilft und dass es eine bestimmte Krankheit kuriert. Ein Passant hat ja gesagt, er hat weniger Gelenkschmerzen, seit er Milchprodukte weglässt. Kann es da einen Zusammenhang geben aus Ihrer Sicht? Ja, das kann man sich durchaus vorstellen, da sehr viele Eiweisse vorkommen in Milchprodukten und die auch immer eine Immunreaktion auslöst. Ich glaube, wir sind uns, da wir das täglich machen, nicht bewusst, dass wenn wir essen, dass wir uns permanent Fremdkörper einverleiben und trotzdem das herausholt, was er braucht. Also das ist aber dann normal. So verstehe ich das, dass der Körper auf Eiweisse, fremde Eiweisse mit, ich weiss nicht, welchen Reaktionen dann antwortet und bestimmte Symptome dann normal natürlich sind? Richtig, ja. Also oft ist es so, dass das passiert, wenn das Immunsystem noch nicht so richtig geschult ist. Zum Beispiel die Milcheiweissallergie, die kennt man bei sehr jungen Menschen, die vergeht dann auch häufig wieder. Aber es kann durchaus sein, dass so lokale Reaktionen Reaktionen vereinfacht werden durch fremde Eiweisse. Das kennen wir zum Beispiel bei der Zöliakie, wo ein Eiweissbestandteil aus dem Weizen den Körper dazu bringt, eigene Antikörper gegen körpereigene Strukturen zu produzieren, die dann eine chronische Entzündung verursachen. Und bei den Gelenken ist das durchaus auch denkbar. Und wenn man sieht, dass das einen Effekt hat, dann rechtfertigt das aus meiner Sicht das Weglassen von einzelnen Lebensmitteln. Und die Systematik würde dann einfach helfen, dass man gezielt nur die weglässt, die tatsächlich Symptome machen. Aber trotzdem individuell und nicht für alle. Also nicht generell Milch weglassen. Richtig, ja. Also man soll immer bedenken, dass auch Nachteile sich ergeben können aus dem Weglassen von Lebensmitteln. Wenn ich da jetzt ans Beispiel der Milchprodukte denke, habe ich den Nachteil, dass ich eine sehr gute Quelle für hochwertige Eiweisse weglasse und auch anderen Mikronährstoffen. Und eine Möglichkeit ist, dass ich gewisse Kohlenhydrate, die Symptome, also Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen verursachen können, dass ich die systematisch eben weglasse. Mir fällt dazu diese entzündungshemmende Ernährung ein. Das ist ja ein Stichwort, das sehr oft kommt, auch im Zusammenhang mit Rheuma, im Zusammenhang mit Schmerzen, Fibromyalgie, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Entzündungshemmende Lebensmittel, Entzündungshemmende Ernährung. Gibt es sowas? Also wenn man so ein bisschen im Internet dazu surft, findet man irgendwelche Lebensmittel, so Tomaten, Aubergine und so weiter, die man weglassen soll, also ganze Gruppen sogar von Lebensmitteln. Wenn man hingegen in die Literatur suchen geht, in die wissenschaftliche, findet man sehr, sehr wenig Beweise dafür, dass eine solche Umstellung tatsächlich Vorteile bringt. Also ganz stark, sag ich jetzt mal, inkriminiert wird da zum Beispiel Schweinefleisch, es wird Weizen, Zucker als entzündungsfördernd genannt, die man dann angeblich weglassen soll. Und das reden ja wirklich alle darüber, also Fernsehärzte, Influencer, Blogs. Die entzündungshemmende Ernährung wird immer wieder empfohlen, wenn Sie sagen, es gibt dafür keine Belege in der Literatur. Warum reden dann alle davon? Ja, zuerst muss man sicher mal im Klaren sein oder im Konsens finden, was überhaupt Entzündung ist. Weil das muss nicht zwingend etwas Schlechtes sein. Zum Beispiel finden sehr viele Heilungsvorgänge im Zusammenhang mit Entzündungen statt oder auch Anpassungen an Training ist mit Entzündung verbunden. Und wenn ich das zum Beispiel unterdrücke, können auch Nachteile daraus erwachsen. Wenn es tatsächlich immunologische Geschehen sind. Was meinen Sie mit immunologisch? Also Menschen, die Rheuma haben oder Schmerzen, die haben solche Reaktionen, weil das Immunsystem ohnehin schon gestört oder in Aufruhr ist? Genau, das sind so fehlgeleitete Reaktionen, bei denen das Immunsystem unnötigerweise sozusagen das Entzündungsfeuer am Leben erhält, obwohl es eigentlich keine Fremdkörper sind, die es zu bekämpfen gilt. Sondern oft findet diese Entzündung statt bei körbereigenen Strukturen, sei es wie bei der Zöliakie, die Darmzotten oder aber in den Gelenken oder aber die äussere Haut, gegen die dann das Immunsystem eigentlich unnötigerweise vorgeht. Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung, die man vielleicht verstehen muss. Bei Menschen, bei denen das Immunsystem ohnehin fehlgesteuert ist, hilft es, eine sogenannte entzündungshemmende Ernährung, also bestimmte Eiweisse, bestimmte Fleischsorten, Milch wegzulassen, bei Gesunden aber nicht. Habe ich das richtig verstanden? Das kann man so sagen grundsätzlich, wobei es individuell immer noch grosse Unterschiede gibt. Vielleicht müsste man auch noch erwähnen, dass so eine gewisse Grundentzündung im Körper auch noch eine Rolle spielen kann. Was zum Beispiel der Fall sein kann bei Personen, die viel Fett im Bauchinneren haben, also viszerales Fett und noch gleichzeitig einen Lebensstil, der dazu geführt hat. Das wollen wir uns vielleicht noch mal genauer anschauen. Mein Kollege Bernd Schlupeck hat dazu eine kleine Erklärung für uns, damit wir wissen, was mit dem Bauchfett genau gemeint ist, was es damit auf sich hat. Beim Wort Bauchfett denken viele von Ihnen vermutlich an die Speckröllchen in der Körpermitte. Aber um dieses Fett unter der Haut geht es hier nicht, sondern um das Fettgewebe, das die inneren Organe wie den Magen, Darm und die Leber umgibt, genannt viszerales Fett. Diese Art von Bauchfett produziert viele Botenstoffe und das kann unsere Gesundheit negativ beeinflussen. Zu viel entsteht etwa durch falsche Ernährung, zu viel Alkohol, zu wenig Bewegung. Ein dicker Bauch kann das Risiko für Herzprobleme und einen Schlaganfall steigern. Und auch Krankheiten wie Typ 2 Diabetes, Bluthochdruck, das metabolische Syndrom, Demenz und hormonelle Störungen bei Frauen treten öfter auf. Übrigens können auch schlanke Menschen zu viel viszerales Fett im Bauch haben. Bei diesen dünnen Dicken fällt das oft erst durch entgleiste Blutfett und Entzündungswerte auf. Ja, Herr Professor Fee, viel Bauchfett ist also gefährlich. Betrifft das denn Männer und Frauen gleichermassen? So einen dicken Bauch kennt man ja eher von Männern. Gibt es das bei Frauen auch, das Bauchfett? Ja, das gibt es auch bei Frauen, allerdings weniger häufig als bei Männern und oft auch später im Leben, weil die weiblichen Geschlechtshormone bis zu einem gewissen Grad schützen, das heisst bis zur Menopause. Und man sieht nachher, dass es zu einer zunehmenden Angleichung kommt zwischen den Geschlechtern, nicht nur was das Bauchfett anbelangt, sondern auch die damit verbundenen Risiken. Wie gefährlich ist denn das Bauchfett jetzt? Zu welchen Krankheiten führt es? Wann brechen die aus? Wann muss man gegensteuern? Man hat sich fast schon daran gewöhnt, im Strassenbild und auch in der Kneipe oder in der Familie praktisch jeden Mann ab 40 oder 50 mit einem Bauch zu sehen. Ja, es war halt lange auch ein Zeichen, dass man es sich leisten konnte. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg kam das auf, dass eigentlich ein Bauch auch positiv konnotiert war, vor allem bei Männern. Und heute ist man halt mehr sensibilisiert auf auch mögliche negativen Folgen. Und der Vorteil vom Bauch, wenn man so will, ist, dass man ein Risiko einer Person auch ansehen kann. Weil der Bauchumfang wahrscheinlich stärker noch ein Risiko anzeigt als das gesamte Körpergewicht. Und das liegt an diesem gefährlichen Bauchfett, viszeralen Fett, das in diesem Bauch drinsteckt. Wir haben vorhin schon das Stichwort metabolisches Syndrom gehört. Auch dazu hat Bernd eine Erklärung vorbereitet, damit wir das besser verstehen. Das kommt nämlich auch von dem übermässigen Bauchfett. Das metabolische Syndrom ist durch vier auffällige Werte gekennzeichnet. Höherer Teilienumfang, erhöhter Blutdruck und nüchtern Blutzucker sowie veränderte Blutfettwerte. Alle zusammen werden das tödliche Quartett genannt. Jeder dieser Faktoren allein erhöht schon das Risiko für weitere Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes Typ 2 oder Fettleber. Kommen sie zusammen, steigt das Risiko weiter. Rund 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind vom metabolischen Syndrom betroffen. Menschen mit bauchbetontem Übergewicht, Männer wie Frauen, haben ein höheres Risiko für das Syndrom und für Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes. Auch die Leber leidet dann bei Bauchfett und metabolischem Syndrom und ich glaube, die Leber ist ein ganz zentrales Organ im Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit. Ja, das ist richtig. Die Leber ist ein Organ, welches sehr früh ein Fehlverhalten, was die Ernährung oder generell den Lebensstil anbelangt, mitbekommt. Und sie leidet aber sehr lange still. Man schätzt mindestens ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland oder der Schweiz leidet unter einer Fettleber in den allermeisten Fällen unbekannt. 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind betroffen, ein Drittel, das ist ja schon eine richtige Volkskrankheit. Und was ist das Problem? Also was macht eine Fettleber? Nicht-alkoholische Fettleber? Ich meine, wichtig ist hier noch, dass es nicht um Alkohol geht im Körper. Ja, also die Ursache ist ganz trivial ausgedrückt ein Energieüberschuss. Unser Körper kann Energie nicht vernichten, sondern wenn wir in einer positiven Kalorienbilanz sind, das heisst mehr Energie zu uns nehmen, als wir verbrauchen und das sind viele von uns, dann ist die Leber gezwungen, diese Energie umzuwandeln in eine andere Form. Sie wandelt diese Energie dann in Fett um und ein Teil bleibt gespeichert in den Leberzellen und ein Teil wird ausgeschleust und dann in den Fettgewebszellen gespeichert. Wie wird die Leber dann krank? Was dann passiert, ist dann, dass die Leberzellen anfälliger werden und eher zugrunde gehen können und das kann man dann auch messen in Form von erhöhten Leberwerten, die man dann im Blut messen kann. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Leber so eben so still leidet, dass zum Beispiel weniger Sauerstoff zu den Zellen kommt, dadurch das Fett diesen Transport hindert. Und wenn es eben sehr lange geht, dann kann es auch zu einer Umwandlung und zu einer komischen Entzündung des Lebergewebes kommen. Wie kann man selbst gegensteuern? Was kann man machen, um das zu verhindern? Das Wichtigste, denke ich, ist zu verhindern, dass man am Ende des Tages in einem Kalorienüberschuss landet. Also zu viel isst? Also es geht nicht um die Mengen, das Volumen, das sollte man hochhalten, sondern um die Energie, die man sich mit dem Essen zuführt. Dort hat man einen Hebel, den man noch verstärken kann, indem man sich mehr bewegt. Das Ideal ist die Kombination von weniger Energie über die Nahrung zu mehr nehmen. Und da bieten aus meiner Sicht Getränke bei vielen Personen sehr viel Potenzial. Also die man weglassen sollte, meinen Sie jetzt? Getränke? Getränke weglassen, die Energie enthalten, aber wahrscheinlich sogar auch Getränke, die künstlich gesüsst sind, weil neueste Studien zeigen, dass eben auch Seuche der Leber schaden können. Welche Süßstoffe sind das? Soweit man das heute weiss, sind das Süßstoffe wie Saccharin und Sucralose vor allem, also die ältere Generation von Süßstoffen. Aber individuell ist es durchaus möglich, dass auch neuere Aspartam, Zyklamat, Acesulfam, dass sie auch Probleme machen können. Weil was man sich vor Augen führen sollte, ist, dass fast alles, was wir zu uns nehmen, bevor es in den grossen Kreislauf des Körpers kommt, über die Leber gehen muss. Und man geht heute davon aus, dass diese Süßstoffe, obwohl sie kaum Kalorien dem Körper liefern, dass die zu einer Veränderung der Aktivität, aber auch der Zusammensetzung unserer Bakterienflora im Dickdarm führen, die dann andere Metabolität produziert, die dann die Leberfunktion verändern. Also das merken wir uns jetzt mal. Ein einfacher Weg, nicht so viele Kalorien zu sich zu nehmen, ist Fruchtsäfte, Bier, alkoholische Getränke, die Kalorien enthalten, zu reduzieren oder wegzulassen? Ganz genau, ganz genau. Und oft sind die Kalorien auch ein bisschen versteckt. Also zum Beispiel ist vielen nicht bewusst, dass auch Gemüsesäfte recht viel Zucker enthalten können nach Fruchtzucker, zum Beispiel aus Rote Beete oder Karottensäfte. Die können bis zu 8 Gramm pro 100 Gramm, also nicht viel weniger als Cola, an Zucker enthalten. Also flüssige Kalorien runter, das finde ich einen guten Merksatz. Was kann man denn noch machen? Also wie beeinflusst die Leber denn sonst noch den Stoffwechsel oder den Organismus? Was kann man da sehen? Also es gibt Hinweise darauf, dass das metabolische Syndrom häufig ist. Und das metabolische Syndrom ist eigentlich eine Ansammlung von Symptomen wie erhöhte Cholesterinwerte, also schlechtes Cholesterin, wie erhöht der Bauchumfang, wie verschlechterte Blutzuckerwerte, aber dazu gehört auch der Blutdruck. Und was viele nicht wissen, dieser Blutdruck, der hängt oft mit den anderen Bestandteilen des metabolischen Syndroms zusammen. Das heisst, wenn jemand einen erhöhten Blutdruck hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er zum Beispiel auch schlechte Blutzuckerwerte, schlechte Blutfettwerte, eine Insulinresistenz, also dass das Hormon Insulin nicht mehr so gut funktioniert hat, als jemand, der normale Blutdruckwerte hat. Also ist eigentlich das Messen des Blutdrucks schon ein sehr guter Hinweis auf Leberprobleme. Das finde ich jetzt interessant, weil man normalerweise ja denkt, Blutdruck hat nur was mit dem Herz oder den Gefässen, den Adern zu tun mit dem Herz-Kreislauf-System. Jetzt sagen Sie, der Blutdruck zeigt was mit der Leber an. Weil die Blutdruckregulation auch stark von Stoffen abhängt, die die Leber produziert oder von denen die Leber abhängig ist. Und dadurch erklärt sich der Zusammenhang zwischen dem Stoffwechsel, der eben nicht unabhängig ist von der Blutdruckregulation und dem Blutdruck. Würden Sie denn raten, öfter mal den Blutdruck zu messen? Also es gibt kaum etwas, das man eher empfehlen kann, als regelmässig den Blutdruck zu messen. Auch übrigens internationale Präventionsgesellschaften empfehlen dies. Beim Blutdruck kann man das sehr gut vertreten, weil das nicht invasiv ist. Also ich muss nicht irgendwie eine Nadel in den Körper hineinstossen und ich kann das auch zu Hause selber machen, in Ruhe und ich bekomme relativ objektive Werte. Also ich muss ehrlich sagen, ich höre das zum ersten Mal, dass Sie sagen, internationale Präventionsgesellschaften empfehlen zu Hause den Blutdruck zu messen. Also aus meiner Erfahrung oder Kenntnis macht das vielleicht mal Oma oder Opa, die schon wissen, dass Sie ein Herzproblem haben, aber ein normaler Mensch, ich sage es mal zwischen 30 und 60, der misst zu Hause nicht den Blutdruck. Ich finde das aber ganz wichtig und wir kriegen jetzt immer mehr Verbindungen mit. Zwischen 30 Prozent Fettleber, so viele haben das. Fettleber macht Bluthochdruck. Bluthochdruck an sich ist auch eine Volkskrankheit, ist ein Risikofaktor. Wozu führt denn ein hoher Blutdruck konkret? Ein hoher Blutdruck, der setzt kleine Läsionen, kleine Verletzungen in der Innenwand der Arterien. Die werden dann repariert, wobei auch das Immunsystem wieder eine Rolle spielt. Es entsteht eine chronische Entzündung lokal an dem Ort, was dann über die Zeit dazu führt, dass sich die Gefässwand verdickt und der Raum, der zur Verfügung steht, damit das Blut durch das Gefäss fliessen kann, kleiner wird. Und dadurch wird das Organ oder die Organe, die damit versorgt werden mit Blut, die werden anfälliger auf Durchblutungsstörungen bis hin zum Infarkt, wo sich dann das Gefäss komplett verschliesst. Hauptsächlich betroffen sind Gefässe des Gehirns. Das heisst, dort haben wir ein sehr viel höheres Risiko bei Personen mit hohem Blutdruck verglichen mit Personen mit normalem Blutdruck für verschiedene Arten des Hirnschlags, aber auch für Herzinfarkt, Schäden der Nieren und anderen Organen, zum Beispiel auch der unteren Extremitäten, dass man plötzlich merkt, man hat Schmerzen in den Beinen oder kann nicht mehr so gut gehen. Das liegt auch an den Arterien, die durch den hohen Blutdruck geschädigt werden. Also das würde ich mir auch gerne nochmal merken. Wir haben ja jetzt verschiedene Möglichkeiten auch zu messen. Wir können den Bauchumfang messen und wir können uns ein Blutdruckmessgerät kaufen für 30 Euro in der Apotheke und selbst den Blutdruck messen, öfter als man zum Hausarzt geht. Finde ich auch sehr wichtig, also den Körper da auch mal kennenzulernen und zu gucken, wie verändert sich zum Beispiel so ein Blutdruck im Lauf des Lebens und wie könnte da mein Krankheitsrisiko steigen. Jetzt ist unser Thema ja Ernährung. Also was kann ich mit der Ernährung machen? Kann ich mir da bestimmte Lebensmittel zuführen? Welche weglassen? Soll ich einfach nicht so viel essen? Ist der wichtigste Faktor Übergewicht? Wie kann ich mit Ernährung Krankheiten beeinflussen? Also ich finde, die Menschen auf der Strasse, die haben das recht gut gespürt, dass es tausende Wege gibt und bis zu einem gewissen Grad sollte man auch seinen eigenen Weg verfolgen und schauen, was kann ich vor allem für mich dauerhaft umsetzen. Der Grundsatz ist, möglichst einen tiefen Verarbeitungsgrad, also nicht sehr viele vorverpackte Lebensmittel konsumieren, hochqualitative Öle, die kalt gepresst wurden, pflanzliche Öle als Hauptfettquelle, wenig tierische Produkte im Sinn vor allem von rotem und verarbeitetem roten Fleisch und faserreiche Kohlenhydratquellen wie Vollkornprodukte, Nüsse, Samen, Kerne, Hülsenfrüchte. Das sind so Grundsätze, die aufgrund von Studien zeigen, dass man damit zum Beispiel die Leberwerte verbessern kann. Aber man sieht auch, dass es alleine genügt, wenn man weniger von diesen stark verarbeiteten Produkten isst. Auch das hilft schon. Also weniger Fertigpizza und weniger aus der Packung. Gibt es denn auch Lebensmittel, die der Leber helfen? Ja, und zwar ein Lebensmittel, worüber viele vermutlich froh sind, nämlich Kaffee. Da gibt es eigentlich bereits genügend Studien, die zeigen, dass Kaffeekonsum, egal welche Art von Kaffee, dass das die Leberwerte verbessert und auch das Fortschreiten dieser Gewebsveränderung, dieser Negativen der Leber bis zu einem gewissen Grad bremsen kann. Aha, das ist toll. Wie viel Kaffee muss ich trinken? Drei, vier Tassen am Tag? Nein, aber es genügt eigentlich schon ein bis zwei Tassen und es spielt auch keine Rolle, ob man Wulferkaffee trinkt oder gemahlenen Kaffee. Es hat alles einen positiven Einfluss auf die Lebergesundheit. Ich würde gerne noch mal eine Krankheit ansprechen, die sehr oft mit Ernährung in Zusammenhang gebracht wird, nämlich Krebs, bei der auch viele hoffen, dass sie sie mit Ernährung beeinflussen können oder dass sie vorbeugen können. Wie sehen Sie das? Die Zahl, die ich im Kopf habe, ist, dass man 40% des Krebsrisikos durch Lebensstil beeinflussen kann, durch den gesamten Lebensstil. Und selbst das scheint mir relativ hochgegriffen. Etwa die Hälfte dieser 40% machen Rauchen aus. Dann der restliche Anteil setzt sich zusammen aus Bewegungsmangel, Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Hepatitis-Viren oder Papilloma-Viren oder andere chronische Krankheiten, die vor allem in Entwicklungsländern eine grosse Rolle spielen bezüglich Krebsrisiko. Gibt es denn eine Zahl, die Sie dann nennen würden, bei der Sie sagen würden, okay, so und so viel Prozent der Krebsfälle liegen an Ernährung. Gibt es da eine griffige Zahl? Ja, man kann da eine grobe Schätzung machen aufgrund der Zahlen, aber ich finde die auch sehr unsicher. Insgesamt höchstens 10%, würde ich sagen, von der Ernährung, wobei mehr als die Hälfte dieser 10% von Adipositas ausgeht, aber auch nur für bestimmte Krebsarten. Und ich würde sagen, höchstens 5% direkt durch die Ernährung. Ich glaube, in der Wahrnehmung vieler Menschen ist es trotzdem sehr, sehr stark, dieser Zusammenhang zwischen Ernährung und Krebs. Also man hat Angst vor Darmkrebs, wenn man eine Wurst isst. Man hat Angst vor Prostatakrebs, wenn man Milch trinkt. Das ist ganz, ganz stark im Bewusstsein, dass man sich durch Lebensmittel das Krebsrisiko erhöht. Woher kommt denn diese Angst eigentlich? Ja, weil halt jeder isst und jeder macht sich Gedanken übers Essen. Und wenn ich Krebs habe, dann ist es, glaube ich, eine natürliche Reaktion, dass ich mir überlege, was habe ich falsch gemacht? Oft finde ich persönlich, dass diese Reaktion nicht gerechtfertigt ist, weil Krebs aus meiner Sicht oft einfach Pech ist. Das heisst, wir haben tausende, Millionen von Zellteilungen täglich, die in unserem Körper vorgehen. Und es kann halt sein, dass einmal ein Fehler passiert bei einer Zellteilung und dann eine Zelle entsteht, die sich dann verselbstständigt und am Schluss dann Krebs daraus entsteht. Und die Rolle der Ernährung nicht nur überschätzt aus meiner Sicht, sondern auch falsch eingeschätzt. Also die internationale Krebsgesellschaft der WHO hat ja 2015 Wurst, verarbeitetes Fleisch und auch rotes Fleisch mit wahrscheinlich bis sicher krebserregend eingestuft. Das ging ja um die ganze Welt. Wie schätzen Sie das ein oder sagen Sie da immer noch, auch das ist einfach zu stark betont, dieser Zusammenhang? Ich kann das nicht nachvollziehen. Und für mich zeigt das ein bisschen, dass die WHO zum Beispiel eher politische Organisationen sind als wissenschaftlich-gesundheitliche Organisationen. Ich bin jetzt wirklich kein Freund von Fleisch und Fleischprodukten. Ich finde, wir sollten den Konsum senken, vor allem auch aus Umweltschutz und ethisch-moralischen Gründen. Aber diese Aussage, auch das fast Gleichstellen mit Rauchen, das kann ich einfach als Wissenschaftler, kann ich das aufgrund der wirklich sehr dürftigen Studienlage überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich finde das auch ein bisschen problematisch, weil das die Glaubwürdigkeit auch ein bisschen untergräbt der WHO und anderen Gesellschaften, die ins gleiche Horn blasen. Die Datenlage gibt es nicht her, haben Sie gerade gesagt. Diese Krebs-Einschätzung, die WHO sieht es eher so, dass sie es hergibt und warnt. Was wissen wir denn nun eigentlich? Wie ist die Lage, was Ernährung und Gesundheit und Krebs zum Beispiel angeht? Ja, wir tappen tatsächlich bei vielen im Dunkeln und deshalb sollte man vielleicht nicht zu spezifisch, nicht zu präzise sein mit Empfehlungen, sondern eher allgemeine Empfehlungen abgeben, wenn überhaupt. Das heisst, verhindern, dass ich übergewichtig werde durch eine ausgewogene Mischkost und vor allem auch ausreichend Bewegung und auch im Hinterkopf behalten, dass Ernährung ein Bestandteil ist des Lebensstils. Also Sie haben jetzt alles zerstört in diesem Gespräch, was man von einem Arzt wissen möchte. Man möchte da ganz konkrete Empfehlungen haben, man möchte genau wissen, was man isst. Ja, ich würde auch lieber sagen können, tun Sie dies, tun Sie das. Aber die Beweislage ist so schwach für so spezifische Ratschläge, dass ich die einfach nicht als Wissenschaftler nicht abgeben kann. Was es dazu bräuchte, das unterschätzen viele, auch viele Mediziner aus meiner Sicht. Weshalb man, finde ich, bei Empfehlungen einfach vorsichtig bleiben sollte und vor allem nicht Empfehlungen abgeben sollte, die möglicherweise auch schaden könnten. Da haben wir eigentlich auch einen schönen Bogen zum Anfang. Wir haben ja angefangen mit individueller Ernährung, ausprobieren, was tut mir gut. Wir haben auch gehört, dass wir Lebensmittel nicht auf Verdacht weglassen sollten, also möglichst vielseitig essen sollten. Ich habe auch mitgenommen, dass man den eigenen Körper kennen muss, auch mal den Bauchumfang messen sollte, öfter auch den Blutdruck messen kann zu Hause, um die Entwicklung dieser Werte selbst zu kennen. Wichtig war auch, dass man flüssige Kalorien reduziert, Säfte oder Bier weglässt und gerne mal ein paar Tassen Kaffee trinkt. Und dass Ärzte und Wissenschaftler keine ganz genauen, präzisen Ratschläge geben können, dass es aber wichtig ist, das Gewicht zu halten, und zwar Normalgewicht. Herzlichen Dank für die vielen Tipps und Einsichten, lieber Herr Professor Fay. Ich danke Ihnen auch, Frau Bayer. Merci. Das war's mit der sechsten Folge bei Mythos Mahlzeit. Ich hoffe, wir konnten einige Fragen beantworten und ein wenig Licht in die Blackbox Ernährung werfen. Vielleicht haben wir Sie auch zu neuen Fragen und Gedanken angeregt und dazu, dass Sie Ihren Bauchumfang messen und Ihr Gewicht im Blick behalten. Wenn Sie noch mehr wissen möchten zu unserem Thema, schauen Sie doch gerne in die Informationen zu dieser Folge, da finden Sie noch Links und Tipps. In der nächsten Folge werden wir uns ein paar Ernährungsmodelle anschauen. Davon gibt es ja einige, darunter vegan, vegetarisch, Steinzeiternährung, Planetendiät und weitere. Zu Gast ist der renommierte Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach, der sich da wirklich gut auskennt. Ich bin Johanna Bayer und ich freue mich darauf, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und genießen Sie Ihr Essen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017